Gitarre Das wird doch 100 Euro sein Das ist doch logisch Du kannst es ja nächstes Mal mit einem Stick von mir machen Das schlagst du dir so Natürlich beißt Ich stelle mir den ins Auge Noch besser Na gut, es geht zweimal Die Mikros hätte ich am Schluss auch kaputt machen Das hat ja gestern geklappt Das war wieder geil Das war wieder geiler Ich hab da gefragt Das ist Overmute Der ist doch nicht den Knopf drauf gekommen Der hat doch so einen Reset-Knopf von seinem Pult Ja, aber Du kannst ja sagen was willst Ein amtlicher Mann, dem kann das zwar passieren Der weiß das aber dann ausschließen Der findet den Fehler Und das geht drei Minuten lang Ja, der hatte Angst gehabt Wenn man den nächsten Schritt noch mal bestätigt hätte Wären alle Einstellungen auf Null gegangen Ja, aber Du glaubst ja nicht, dass das ausschließlich systembedingt ist Wenn da ein Mann da ist, der seinen Pult kennt Dann weiß der, was er zu machen hat Der hat keinen kleinen Kampfen Ja, der Sound war ja okay Aber ich mein Der kannte halt nicht Die einen Schritt-Zurück-Taste gab es doch noch nicht So wie beim Computer hier One step backwards Das war das Problem hier Schon gesehen wie lange das gebraucht hat Bis er mal einen Sound auf dem Monitor gab Das Problem war das auf der anderen Seite Die sang so laut auf der Bühne Und dann aber aus Bis zum nächsten Mal Tschüss Oder am Nationalfeiertag, ne? Die Sommer haben die auch ein Stück hier, ne? Wir haben hier mal gutes Wetter. Wenn du hier mal gute Wetter hast, dann hast du langgut Wetter. Das ist ein Golfstrom. Das macht ja hier an der Westküste entlang. Das ist ein Glückscheiter. Geht das mal hier bei Galileo oder was? Ja, ich mach's mal. Wenn du das nicht kapierst, hör nicht hin. Galileo mit Lombard oder? Ja, alles besser. Vulcanos. Ich geh nur Yellowstrom an. Das ist die Konkurrenz. Die Konkurrenz ist noch billiger. Es ist nur ein Bebe. Schön Wetter, dank Gott. Es ist nur ein Bebe. Das letzte Album ist fast zwei Jahre alt. Album Nummer 4, Hallowinds, kam im November 2007. Es ist ziemlich neu zu uns. Wir haben es nur ein Bebe. Wir haben es nur ein paar Mal. Für alle, die nicht zu viel caterieren. Das heißt, Was? Was? Wir haben es nur ein Bebe. Wir haben es nur ein Bebe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020